Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das wird doch langsam Zeit. Meine Füße bringen mich um. Das Lager soll auf der anderen Seite dieses Gipfels liegen. Das Flugzeug! Oh Gott, es ist abgestürzt! In diesem Gebiet soll es keine Transportrouten geben. Dann waren die Informationen über Veltro korrekt. Na los! Oh Mann! Das kann keiner überlebt haben! Sieh nach der Absturzstelle! Meld dich, wenn du was findest! Oh Mann! Oh Mann! Oh! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Was? 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 Diese Höhle ist zu kalt. Du solltest warme Unterwäsche tragen. Hey, hast du das gehört? Sie sind infiziert. Vorsicht, Jessica. Seht du? Deswegen mag ich Chihuahuas. Das Flugzeug, die Dinger transportiert? Ja, sieht ganz so aus. Dann ist Vekro von den Toten auferstanden. Ja, und wir müssen sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Das Flugzeug, die Dinger transportiert. Das Flugzeug, die Dinger transportiert. Das Flugzeug, die Dinger transportiert hat. Ah! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? 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 Wir müssen los!